Wie kommt man zum Angeln, Bruder? Es gibt so viele andere uncoole Sachen. Ja, ich mach auch gut auch in Norwegen und so. Da ist halt viel Wasser aus. Was hast du für eine Handlung angefangen, weil du in der Nähe vom Wasser warst? Wärst du jemals in der Nähe von dem Feuerwehr aus dem Feuerwehrmann geworden, Alter? Ja, in der Küche hat halt so das Wasser angetraut. Und dann wurdest du Handwerker? Was für eine Nähe von der Baustelle? Was für das ist? Dein Leben ist so eine Reihe von Zufällen. Wow, wie hast du sie kennengelernt? Oh, gull dich. Scheiße, ich fühl mich immer einsamer. Im Kindergarten, aber ihr habt ja noch nicht rumgemacht. Das wär merkwürdig. Warum überlegst du? Wie krass bist du drauf? Und wo hast du tatsächlich überlegt? Der erste Kuss war tatsächlich im Kindergarten. Was? Der erste Kuss war tatsächlich im Kindergarten. Was? Der erste Kuss war im Kindergarten? Was ist nur im Pornokindergarten? Was ist denn? Das ist der einzige Kindergarten, die so Wechselunterwäsche und Tampons haben. Wahrscheinlich für die Kinder. Die Kinder. Was? 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 Was?